Wie werden die Übergänge aussehen? Wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Dread Disease, hier hat es ein paar Neuerungen auf dem Markt gegeben und wir haben ja vor zwei Jahren schon bewertet und werden diese Bewertung jetzt nochmal erneut auflegen mit der Feststellung, dass es wieder einen Testsäger gibt, der sich ein wenig zum Positiven verändert hat. Ihnen das zu erzählen, wird mir eine große Freude sein, ich hoffe, dass wir uns auf den Messen sehen und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr Hagen Engelhardt. Vielen Dank. Vielen Dank.